Und jetzt? Wir sind im Winter auch auf 160. Das wäre auch nett, wenn wir da jemanden beprüfen hätten, wenn wir mal ein paar Mal ein bisschen Versuche mit einem Markt oder ein Skate machen. Das machen wir. Schönen Abend! Tschöüs! Auf Wiedersehen, bis es euch wieder heute Abend. Ciao, ciao! Vielen Dank.